Hallo Leute, unsere Semesterferien sieht jetzt leider schon um. Wie hoffen ihr hattet, schön nerviert? Wir hatten auf jeden Fall schön, wir haben echt viel gemacht. Wir waren Eislaufen, ich habe mir den Flickflack selber beigebracht. Es hat mega cool gestartet mit einem voll tollen Fantreffen in Wien. Ich habe ganz viel Hafe geübt, weil ich einen Wettbewerb habe und da mache ich mit. Und ich habe sehr viel gemalt, mit der Ilja gespielt und gelesen. Aber wo malen? Also ich muss euch jetzt kurz loswerden. Ich bin sehr eifersüchtig auf die Aben, weil sie kann so super malen und ich dagegen kann es gar nicht. Wirklich gar nicht. Und deswegen waren wir einkaufen und da habe ich was mega cooles gefunden. Und zwar dieses mega süße und coole Malbuch, wo man so richtig süße Figuren malen kann. Also keine Werbung, das haben wir uns selber gekauft. Und da ist wirklich Schritt für Schritt alles drinnen. Hier zum Beispiel, wie man ein Eichhörnchen macht oder wie man hier eine Kugelfisch malen kann. Also einmal aufgeblasen und einmal flach. Und das ist mega cool. Und ihr könnt uns heute ein bisschen zuschauen, wie wir üben. Also Leute, wirklich, es ist nur üben. Es ist jetzt noch nicht das perfekte Zeißen. Und dazu passend habe ich mir auch im Internet diese Stifte gekauft. Das sind 80 Farben und die passen mega gut zu dem Malbuch dazu. Und das sind echt so tolle Farben und das macht echt Spaß mit denen. Ich zeige euch mal. Also die haben immer eine dünne Seite und passen dazu auch eine dicke Seite. Was machen wir malen, Aben? Malen wir Hamster. Haben wir Hamster? Ja. Ja. Hamster. Also hier ein bisschen Hamster. Die sehen so aus wie Squeegees. Und deswegen beginnen wir mit denen mal. Beginnen wir mal mit was ganz Einfaches. Mit dem hier. Mit dem Törtchen. Törtchen. Das ist ein kleines süßes Törtchen. Hamster. And a broken cup of ear. Sehr schön. Leute, ich wollte euch nur noch kurz einen Tipp geben. Und zwar würde ich euch empfehlen, immer mit Bleistift zu malen. Und zwar mit einem gespitzten Bleistift. Deswegen ist auch mein Spitzer immer mit dabei. Weil man muss die ganzen Linien, die man macht, danach auch wieder wegradieren. Hier zum Beispiel macht man diese Kreise. Warte. Hier macht man diese Kreise. Und hier sieht man die dann gar nicht mehr. Also muss man die wegradieren. Und wenn man das mit Coolie oder so macht, dann ist das blöd. Und ich habe auch noch einen Tipp. Und zwar, ihr solltet immer leicht aufdrücken. Weil wenn ihr das dann wegradiert, dann bleiben da noch so Striche. Ja, zum Beispiel hier habe ich jetzt gerade ein bisschen was wegradiert. Und ich habe zu fest aufgedrückt. Und dann sieht man das. Und dann bleiben so ganz viele Rückstände auf dem Papier. Und das sieht nicht so toll aus. Und dann hat man sich so viel Mühe gegeben. Und dann sind diese Striche da, die alles ruinieren. Oh mein Gott, das ist schnell. Ich bin gerade mal bei den Öhrchen. Ich muss da noch das hier wegradieren. So, ich bin fertig. Ich auch. So, das ist jetzt das Ergebnis. Meins ist ein bisschen dick. Egal. Aber wenn ihr auch Hamster so seid wie wir, macht alle mal ein Hamster-Emoji unten in die Kommentare. Das war es aber sehr einfach. Jetzt machen wir einen stehenden Hamster. Okay, das ist der. Der ist ein bisschen aufgebaut wie ein Schweinchen. Ein stehendes Schweinchen. Oder einen kleinen Schneemann. Die Kugel. Oh, Schneemann hat doch drei Kugeln. Ja, aber ein kleiner. Ich mache ihn fast auch immer mit zwei. Okay. Also auf jeden Fall so ein Schweinchen mit den Öhrchen. Und hier und hier. Okay. Okay. Ich mache ihn mit den Öhrchen. In dem Buch finde ich ziemlich cool, dass eigentlich die Basis immer was mit einem Kreis zu tun hat. Oder einem Dreieck. Also diese Grundformel halt. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und hier habe ich jetzt mal einen Hamster. Das ist zwar ein bisschen dicke Hamster, aber ich finde dicke Hamster knuppig und süß. Und jetzt muss ich eigentlich dann noch Augen und Mund machen. Und dann ist eigentlich im Grunde schon fertig. Pss. Und Leute, das mit den leichten Linien war halt so gedacht. Also man macht ja ganz viele kleine Linien dann so übereinander. Und dann kann man sich eine Linie aussuchen und fest drüber gehen. Und wenn man es dann wegradiert, so, dann hat man die Stärke halt noch da. Und dann kann man sich erleichtern mit dem Nachziehen und so. Und man hat eine bessere Orientierung. Das ist einfach viel besser. Also das ist ein bisschen das Hamster. Ach, das ist doch ein anderer. Den laufenden finde ich auch voll süß. Und jetzt machen wir das Ganze noch an. Also machen wir da ein paar Schottierungen. Weil schaut mal. Hier zum Beispiel, also er ist ja immer dünkler und am Bauch ist er immer heller meistens. Das sieht man hier. Oder hier ist er auch so ein bisschen dünkler da. So eine Art Schatten. Und das macht das Ganze halt noch lebendiger, ja. Und das ist richtig cool. Gut. Wir brauchen für den Hamster 37, 38. 38 habe ich. Also das ist die Schattierfarbe. Und das ist die Grundfarbe. Und für den würde ich einfach auch Strick 37 nehmen. Und eine Spur dunkler. 32. Das ist auch gut. Ja, wir könnten 32. Ja, 32 ist auch gut. 32. Bastetechnik. Bist. So, das sind hier unsere fertigen Ergebnisse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Aufwand einen so süßen Hamster hinkriege. Ich weiß, Leute, der ist noch nicht perfekt, aber ich arbeite noch dran, okay? Und in diesem Buch gibt es jetzt nicht nur Tiere, sondern es gibt auch andere Dinge. Und sehr viel Chinesisches und Japanisches, weil das ja auch aus der Richtung kommt. Und jetzt machen wir was ganz Einfaches, richtig Süßes und echt Tolles, was gleich super aussieht. Und zwar, warte, ich muss es nur finden. Hier, und zwar eine Reisschüssel. Die sieht so süß aus. Und sieht auch sehr zum Anbeißen aus. Ja, es ist einfach so lecker. Und hier ist wieder die Grundbasis, ein Kreis. Hier ist ein Kreis, hier ist ein Kreis, hier ist ein Kreis. Also es besteht wirklich nur aus einem Kreisreiß. Nein, Spaß. Kreis. Und man muss eigentlich wirklich nur in den Kreis können. Und das ist bei mir das Problem. Ich mache meistens immer so, also das ist so ein Kreis. Ja, es ist jetzt wieder so leicht oval. Also das ist ein Kreis. Und ich biege den immer meistens so ein bisschen oval. Und das ist halt meine Schwäche. Was man aber braucht zum Zeichnen. Und deswegen muss man das, ach, jetzt schon wieder. Muss man das einfach üben. Bei mir gehen die Kreise gut, wenn ich es so mache. Vielleicht noch auch immer so. Ehe, Leute, und viel Kreise. Und so braucht man einfach immer Schwung. Also man braucht doch, man kann es jetzt nicht, also man könnte es schon so, aber das ist nicht so gut. Man macht es einfach immer mit Schwung. Hä, der war gar nicht so schlecht. Das ist ja richtig spannend hier. So. Ich mache eine Türkis-Reisschüssel. Okay. 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 Hey, sieht voll cool aus. Schaut eigentlich echt cool aus. So, das sind jetzt unsere fertigen Zeichnungen. Was sagt ihr? Wir finden sie auf jeden Fall mega süß. Und wenn wir euch Inspiration gebracht haben zum Malen, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr dasselbe nachgemacht habt, dann schickt uns unbedingt dein Foto. Und dann würden wir mal sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal. Aber vorhin habe ich da einen Einhorn gesehen. Ein Einhorn? Ja, warte. Das ist bei den Fabelwesen, oder? Ja, warte. Da sind die Fabelwesen. Warte, warte. Nein, noch ein bisschen zurück. Nein, nein. Da, warte. Da sind die. Wer? Da! Ja, da ist er. Oh. Ja, da ist er. Da sind die Fabelwesen. Ja, da ist er. Vielen Dank.